Ja, Servus beieinander. Ich möchte mich gerade ganz kurz melden und einfach, ja wie soll ich es denn sagen, ich möchte mich jetzt wirklich da ein bisschen, nein, entschuldigen, weil ich das ein bisschen so lächerlich gemacht habe und als Panikmache abgesehen habe. Und jetzt habe ich halt wirklich erst jetzt begriffen, jetzt bin ich auf den Stand von den allermeisten, dass man sich einfach aktiv schützen muss, zum Wohle unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, und mir tut es wirklich leid, ich habe das total unterschätzt. Ich bin da oft einmal ein bisschen, ich spekuliere da nicht, was ich oft sage, es ist einfach, bei mir kommt das so, impulsiv bin ich da manchmal, das kommt einfach, ohne dass ich darüber nachdenke. Und ja genau, das wollte ich jetzt einfach damit machen, ich wollte einfach jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch dabei, also wir sind jetzt nicht allein, wir sind jetzt, ich hoffe, alle aktiv dabei gegen diese Seuche und ja, jetzt habe ich mich einfach durchgerungen, schütze mich auch, meine Frau sagt mir schon die ganze Zeit, jetzt komm, schütze dich einmal, weil das heiß ist, weil diese, da geht es jetzt nicht um die roten Milben, die im Hähnerstuhl drin sind, da geht es jetzt rein um das Keuchen, das Auskalken gegen die rote Milbe, das ist einfach sehr gesundheitsgefährdend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wenn du jetzt, sage ich einmal, ungeschützt machst, da können sich eine gesundheitliche Schäden auftreten, das ist gar nicht mehr, dass das zweifreit. Und deswegen wollte ich euch einfach sagen, ich tue jetzt mit, also ich bin dabei.